Es geht um die Pflege und darum, dass wir in Niedersachsen ganz weit hinten anhängen. Niedrig, niedriger, Niedersachsen. Ich finde wichtig, dass die Pflege sich hier für sich selber engagiert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege müssen die Möglichkeit haben, tarifgerecht bezahlt zu werden für den schweren Job, den sie machen. Niedersachsen steht ganz hinten. Wir wollen, dass die Pflege eine bessere Chance bekommt und der Autofahrt ist ein Zeichen dafür. Wenn die Pflege stockt, dann stockt die Stadt. Vielen Dank.